Artikel 13. Jeder darf sich frei bewegen. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates sich frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. Jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein eigenes Land zurück zu gehen. Also hier zurück zu kommen. Das bedeutet, sofern keine Grenzen da sind, dürfen wir uns in diesem Raum auch frei bewegen, ohne dass wir daran geändert werden dürfen. Das ist der Artikel 13. Bis dahin noch viel Spaß und Tschüss. Tschüss.